Die Initiative Brucker Schlossberg startet in die Sommersaison. Bis Ende September stehen neun Veranstaltungen am Programm und die Palette ist vielseitig. Jazz, Weltmusik, Mundart, Kabarett und vieles mehr. Den Auftakt gibt es bereits am 12. Juni mit der Brucker Band Jazz Around. Wir haben uns da bemüht für verschiedene Interessensgruppen Musik sozusagen zur Verfügung zu stellen. Einerseits Dinge, die sie schon bewährt haben bei uns auch, wie die Chris Fillmore Band mit der Sängerin Mena Krile oder die Gruppe Brotladen, die sie auch schon über die Stadt Bruck hinaus natürlich, aber auch in Bruck hat sie auch schon für Begeisterung gesorgt. Darüber hinaus gibt es auch in Kooperation mit dem Dachbodentheater zwei Veranstaltungen. Kabarett mit Mike Supancic und auch Boris Bukowski wird dem Brucker Schlossberg einen Besuch abstatten. Um die An- und Abreise zum Schlossberg zu vereinfachen, hat man einen Taxiservice eingerichtet. Ja, wir haben uns das so vorgestellt, dass wir bei Veranstaltungen am Brucker Hauptplatz ein Taxiunternehmen, nämlich das Taxiunternehmen Steiner Bieten, dort mit einem großen Bus halbe Stunde, Viertelstunde vor der Veranstaltung die Gäste vom Hauptplatz auf den Berg bringen und nach der Veranstaltung einfach wieder zurück. Und das natürlich kostenlos. Aber auch wenn man nur die Gastronomie besuchen möchte, gibt es ein Angebot. Man fährt mit dem Taxi hinauf, legt die Rechnung vor und erhält dafür um drei Euro ein Getränk im Kulturbeißel von Anita Frager. Der Schlossberg ist schon seit Jahrzehnten eine sehr wichtige kulturelle Institution. Endlich beginnt das kulturelle Leben wieder und ein wunderschönes Programm wurde euch heuer wieder auf die Beine gestellt von der Initiative Schlossberg. Ich muss schon sagen, das kulturelle Leben ist uns sehr, sehr abgegangen. Aber nicht nur das, auch die Gastro. Und da ist der Schlossberg jetzt wirklich ein wunderbarer Ort in Verbindung mit Kultur, Genuss, Gastronomie. Wir sind sehr froh, unseren Schlossberg zu haben. Das gesamte Programm und die Termine finden Sie auf www.schlossberg-bruck.at